Musik Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Selber machen oder auf gut Deutsch «Do it yourself» ist nicht nur ein beliebtes Freizeitvergnügen, man kann auch Geld sparen damit. Und sobald Sie ein bisschen Übung haben im Umgang mit Werkzeug und Material, dann stellen Sie fest, dass es Freude macht und dass in jedem oder jeder von uns schlussendlich ein Handwerker steckt. An vielen Orten ist Coop mit einem Bauzentrum oder einem grösseren «Do it yourself» vertreten, wo Sie neben umfassender Beratung auch ein breites Angebot an vielfältigem Material, Zubehör und an modernsten Elektrogeräten der führenden Marken «Black & Decker» und «Bosch» erwarten. Von «Bosch» zum Beispiel können wir Ihnen gerade drei Neuheiten zum günstigen Coop-Preis offerieren. Die Weltneuheit von «Bosch» kann sägen, raspen, feilen, bürsten, schneiden, schliffen und polieren. Die Multisäge PMS 400 – ein Multigenie, der alles hat. Mit diversen Zubehörern und Coop-Garantien kosten Sie nur 275 Franken. Für alle, die besser sägen wollen, empfehle ich den neuen Tandem-Fuchsschwanz von Bosch. Eine Säge, die schneller und präziser ist, ideal für feine, für grobe und für besondere Aufgaben. Mit gegenläufigen Sägeblättern und einem stabilen Schwert für exakte Führung ist die Spitzentechnik von Bosch bei uns mit Coop-Garantie für nur 399 Franken erhältlich. «Schleifen bis in den letzten Winkeln können Sie mit dem neuen Deltaschleifer von Bosch. Seine dreieckige Form passt immer. In Ecken, an Kanten, bei Rundungen und sogar bei kleinsten Flächen. Er ist leicht und einfach zu bedienen und das Schleifblatt dank dem Klettverschluss blitzschnell gewechselt. Der vielseitige Helfer von Bosch gehört Ihnen für 169 Franken mit Coop-Garantie. Mit diesen Geräten kann ich da nur noch viel Vergnügen beim Ausbauen, Renovieren oder Basteln wünschen. Neuheiten gibt es aber nicht nur in den grösseren Coop-Duit oder Bauzentren. Auch in Sachen Fertiggerichte hat sich wieder einiges getan. «Midi le Snack» – das sind kleine, raffinierte Mahlzeiten für alle, die nicht lange Zeit haben zum Kochen und trotzdem etwas Gutes essen wollen. «Midi le Snack» gibt es in vielen lustigen Varietäten. Die Geräte sind ungekühlt haltbar und man kann es im Mikrowellengerät, in der Pfanne oder im Wasserwaden heizen. «Midi le Snack» und alles andere ist plötzlich nicht mehr so wichtig. Auch im Markenfenster können wir Ihnen heute eine Neuheit vorstellen. Und zwar geht es um einen Zahnpasta, der Balsam ist für Ihres Zahnfleisch. «Miridol», eine Neuentwicklung aus der Elmex-Forschung, ist ein Zahnpasta, das angegriffen das Zahnfleisch spürbar rasch regeneriert. Die weltweit patentierte und klinisch erfolgreich testete Wirkstoffkombination hat nämlich ganz besondere Eigenschaften. Erstens inaktiviert sind die beim Zähnbutzen zurückgebliebenen Reste von bakterieller Plagg, die Hauptursache von Zahnfleischproblemen. Zweitens wird die Neubildung von Plagg durch das einmalige Haftvermögen der Wirkstoffkombination nachhaltig gekämpft. Das heisst, Meridol wirkt noch lange nach dem Zahnputzen. Und drittens hat Meridol eine Wirkstoffkomponente, die eine beruhigende Wirkung auf das Zahnfleisch ausübt. So regeneriert und schützt Meridol noch lange nach dem Putzen und hält Zäh- und Zahnfleisch gesund. Mehr und mehr treffen Sie bei uns aber auch Produkte an, die mit diesem Symbol bedruckt sind. Der Bio-Knospen mit der Garantie für kontrollierten biologischen Anbau. Dazu gehört auch der gesunde und vollbiologische Burger von Galactina. Der schnittfeste Galactinas Best Burger lässt sich leicht portionieren. Er ist in wenigen Minuten goldgelb braten oder paniert und gibt, mit einer Beilage zusammenserviert, ein vollwertiges Menü für gross und klein. Der neue Burger ist von einem erfahrenen Team von Köchen und Ernährungsberaterinnen entwickelt worden. Darum ist er nicht nur gesund, sondern riecht auch gut und lässt sich fantasievoll und abwechslungsreich zubereiten. Abwechslungsreich sind diese Wochen aber auch die Aktionsangebote zum Sparren bei Coop. Was Sie sich unter anderem nicht zu den Lagen geben lassen, das zeigen wir Ihnen anhand von ein paar Beispielen. Charlotte Hördöpfel in der Tragtasche an zweieinhalb Kilo kostet nur 2,60 Euro. 300 Gramm zweifelt Bumschips Natur oder Paprika kommen Sie über für nur 4,15 Euro. Und drei Dosen Midi-Ravioli für nur 4,40 Euro. Ausserdem offerieren wir Ihnen den Satra-Bestaubsauger kompakt 1'000 Euro für ganze 149 Franken. Zum Schluss der Coop-Preisabschlag. Der Cap-Ciste-Dieu kostet von jetzt an nur noch 4,90 Euro. Mit diesem Hinweis sind wir bereits wieder am Schluss für heute. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.